In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Grabstein behalten könnt und trotzdem in den Dunkeläther reingehen könnt. Falls ihr einen aktiven Grabstein habt, dann müsst ihr diesen erstmal leeren und danach müsst ihr euch nochmal das Grabstein extra kaufen. Wenn euer Grabstein dann leer ist und ihr wieder einen Grabstein getrunken habt, dann müsst ihr euch nur noch einmal umbringen und danach müsst ihr einmal komplett ausbluten Leute. Wenn ihr dann ausgeblutet seid, müsst ihr nur noch komplett wiederbelebt werden. Entweder macht das ein Kumpel mit dem ihr in der Lobby seid oder ihr schreibt in den Spielchat und irgendein random belebt euch wieder. Ihr könnt das sogar mit eurem Kumpel machen, ihr müsst halt das gleiche machen. Seinen Grabstein leer machen, Grabstein trinken, komplett ausbluten und danach holt ihr ihn wieder. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorbereiten Perks und zu kaufen. Wichtig ist aber, dass ihr jetzt keinen Grabstein Perk mehr kauft, sonst klappt das ganze nicht. Also Grabstein rauslassen. Wenn ihr euch dann bereit fühlt, dann könnt ihr in den Dunkeläther reingehen. Entweder macht ihr den ältesten Siegel oder ihr könnt auch die neue Aktiviermission reingehen. Das klappt auch Leute. Wenn ihr das Siegel dann eingesetzt habt, dann müsst ihr auf der Karte einmal auf Ja stimmen und danach startet schon ein Countdown und ihr werdet in den Dunkeläther rein teleportiert. Ich habe hier den ältesten Siegel gemacht und hier habt ihr 15 Minuten Zeit um drei Aufgaben zu machen. Ich habe euch nochmal die Karte hier eingeblendet, wo ihr die drei Missionen findet und die Exfiltrationspunkte. Hier könnt ihr jetzt entscheiden Leute. Entweder macht ihr die Missionen, farmt hier ein bisschen oder ihr geht direkt zum Exfiltrationspunkt. Und zwar ist hier einer auf dem Dach. Ich nehme immer den oben, weil ich mit der Versänger hier reingehe. Dann kann ich da immer ruckzuck hochfliegen. Mit dem interagiert ihr dann und jetzt müsst ihr auch nicht mehr Dash bauen oder Alt F4 drücken. Ihr könnt einfach bis zum Schluss warten, bis da steht Evakuierung geglückt und jetzt könnt ihr die Party verlassen. Und wenn ihr dann wieder ins Spiel kommt, habt ihr euren Grabschein und all die Sachen, die ihr im Rucksack hattet, habt ihr dann auch noch da drin. Wie gesagt, das könnt ihr hier bei dem normalen Siegel machen, bei dem Dreckigen, bei dem runden ältesten Siegel und bei dem Akt 4 Portal könnt ihr das auch machen. Ich werde noch mal morgen testen, ob das Ganze auch bei Shepard und all den anderen Missionen funktioniert. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja, schreibt doch einen Kommentar und lasst ein Like da. Und damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst, könnt ihr jetzt an dieser Stelle ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf den neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.